Seit ich mich erinnern kann, habe ich das Ende der Welt herbeigesehnt. Ich heiße Juliet. Und ich habe die Apokalypse überlebt. Du glaubst, ich habe Glück gehabt? Falsch gedacht. Alles, was geblieben ist, sind Erinnerungen. Aber manchmal finden Erinnerungen dein Leben retten. Weil du jeden Fehler, den du machst, aus einem bestimmten Grund machst. Das Einzige, das ich gelernt habe, ist, dass das Leben eine Hure ist. Du denkst, du liegst schon am Boden, aber dein Fall hat gerade erst begonnen. Und am Ende musst du dich entscheiden. Aufstehen oder sterben. Untertitelung des ZDF, 2020